Das ist die Sache geschissen worden, wenn wir einzig sind. Das ist ja die Unterkriege. Das ist ja die Unterkriege. Was ist denn du jetzt? Wir sind ja gleich im Traum draus. Nee, wir sind ja das umsetzen. So, wie die Katzen üblicherweise jagen, genau. Bei dir holen wir Käse nach vorne. Müller. ... ... ... ... ... ... ... ... Ein! Ich dachte, die ist ja noch zu groß. Mensch, der Schneider! Ein Schritt! Mensch, dran! Was ist das denn? Ohhhh! Ich bin nicht richtig mit dir. Ich geh doch nach Hause. Das ist nicht mehr. Das ist auf jeden Fall für. Das ist doch eine große Ebung. Die anderen nicht stehen. Ich bin nicht richtig mit dir. Und die anderen nicht stehen. Und die Barsch. Ich bin nicht richtig mit dir. Das ist schön, das ist nicht so schön. 53. Spielminute. 0 zu 2, 40 Gäste. Erneuter Torschütze mit der Nummer 17. Tom Korshawir durch diesen Torschütze. verwandelten Elfmeter. Und dann wird er weiter. Und dann wird er wieder mit ihm gesetzt. Die neue Spieler haben in den Städten gesetzt. Und dann wird er wieder mit ihm gesetzt. Und dann wird er wieder mit ihm gesetzt. Jetzt! Zwei Mann vorbei. Volltreffer im Sport wie im Geschäft. Sieben und achteste Spielminute und wir haben einen neuen Spielstand hier auf der Jungenfeld. Jürgen! Mark D. Berg burschete mit der Nr. 6.11. Jürgen! Auf geht's Jungserstester! Ja, ja, super! Der Bauch konnte nicht verlieren, das Auto! Jürgen! Machen wir das langsam! Jürgen! Aber ich bin schon wirklich!